es war da das kommt aber ich kann wieder nach hinten gucken aber wie ja lass mal bald irgendwas zu trinken suchen jetzt jedes kommt nach der farm die ein sagt bescheid wenn du weiterläuft aber ich brauch schmerzmittel glaube ich schmerzmittel ich verabreiß mir eben selber warte ich habe nur ein zitterst wenn du zitterst dann kann es sein weil wir eben gesprintet sind was so ok ich renne war ja stimmt es wird schon weniger ich renne ne ja ich warte vielleicht darf so das ist auf jeden fall ein ziemlich geiles spiel finden wir beide wer es noch nicht kennt es ist ein mod für armer 2 in dem eine riesige map ist wo andere spieler drauf sind man spawnt da man hat keine waffen man hat nichts man muss die waffen finden die findet man in bestimmten häusern und es sind zombies da die können dich sehen und hören und dann hauen die dich und dann kannst du bluten und sterben kurz gesagt ich sehe die farm ich sehe ich sehe kein wasser weit und breit doch das ist aber wenn wir von der farm raus gehen weiß ich nicht mehr dieser see ach so da bei der farm sind wir ja ups das war das falsche das ist das richtige so bei der farm weit und breit kein zombie doch da unten direkt neben der farm das ist ich hoffe dass die jetzt nicht sehen wir haben die haben uns denn dich ach komm wo ich auch wieder rein in die farm die anderen erschießen ja das glaube ich immer die beste lösung es sei denn hier ist jetzt ein spieler dann war es ziemlich dumm so einmal kurz abschneiden sowieso schon wieder mich zu ermauern die man mich und dich nicht weil du nur lauter bist gewesen bist dann mach dich mal bereit zum abdrücken bitte aber warte noch nicht ich springe jetzt durch die tür 2 2 1 da bin ich es ja die sind langsam hier drin hier oben ist nichts hier ist schon wieder nur ne Arzt da ist ne Winchester glaube ich ohne Munition nichts was ist das Double Barrel Shotgun oh man was ist das Makarov Magazin hier ist noch ein Makarov Magazin mh 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 sind die und Zombies ja ja mh 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 jetzt haben wir wieder über 100 Zombies ok kommst du raus ich geh schon mal runter da aus dem einen Ausgang zu dem Wasser warte ich muss einmal nachladen tu das ich sprinte beim Nachladen ich bin viel cooler als du ach bist du schon aus dem Haus? sprintest du einfach runter? wieder zum Wasser oh fuck warte alter ich bin da Treffer runtergepackt ich dachte gerade sind da Zombies? nö ich bin beim Wasser und keiner greift mich an und ich fülle gerade meine Flasche wo bist du da drüben? ok ich habe zwei Flaschen hier fülle ich beide eben kannst du eine schon mal trinken ich bin ja schon mitgenommen guckst du ein bisschen bitte? kannst du ein bisschen bewachen? auch hinter mir ach sind beide gefüllt? ist ja geil du hast zwei Flaschen Wasser gefüllt ok dann trinke ich eine und die andere fülle ich gleich nochmal ja ich bin hier schon mal auf der Straße so du was das ey ich dachte gerade hier kommt ein Zombie warte mal kurz ich bin aufgestanden und habe mir mein Getränk geholt warte mal ich glaube ich habe gerade Schüsse gehört mich nicht Schnellschussgewehr aber was schnell ist jetzt ist es soweit was? dich hat das Daisy Fieber gepackt du hörst schon Geräusche du wirst schon paranoid wo willst du hin? zur Kreuzung achso achja ich werde echt schon planen wir haben jetzt auch nicht geplant obwohl naja ich weiß noch nicht dass wir jetzt alles am Stück die ganze Zeit aufnehmen und wenn es heißt nämlich nicht wenn wir die Aufnahme beenden dass wir zwischendurch nicht weiterspielen wollen wir damit sagen weil es gibt ja auch wirklich langweilige Passagen oder so wir geben einfach immer mal wieder Einblicke oder naja was heißt Einblicke wir wissen es noch nicht genau es steht alles noch in den Sternen wenn das gut ankommt dann ist es natürlich was anderes aber man muss auch gucken wie das dann alles läuft ob die Videos gut aussehen und werden und all sowas das muss man eben halt alles beachten dabei aber so wie es aussieht denke ich mal dass wir erstmal jetzt das mit dem Erfiel und so das werden wir alles erstmal schön aufnehmen so ich gehe mal gucken dann brauchen wir erstmal irgendwie ein Zelt und so vielleicht dauert das ewigen dann ne hmmm nicht ein Zombie ach, brauchst du was denn da? immer mal ein bisschen gucken das tut sich immer mal gut so lustig dafür haben wir es ja voll das Glück dass er mal fünf davon gefunden habe oh ja so kommen wir gleich zur nächsten Farbe oder gibt es auch noch andere Loot den man finden kann weil es wird gleich eine kleine Stadt sein wo wir reinkommen oh ne es geht aber echt schnell bald also wenn wir durch die Stadt durch sind müssen wir nochmal so Marsch gehen den wir jetzt gehen und dann finden wir höchstwahrscheinlich die Fahrräder das wär ziemlich geil und dann kann es nicht mehr so schnell die Leute abballern wenn man die in der Hand hat ist man schneller wenn man was in der Hand hat Macroof ja ist auch so ach so das hab ich ja schon immer nur gesagt ne? find schon mal sehr erleichtert dass wir gut verpflegt sind ach so warte mal ich hab ganz 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 viel Essen so hab nicht viel Platz also kannst du mir nicht viel geben ich geb dir dann erstmal zwei Sachen ja ok Schmerzmüll hast du noch? nein nein aber ich hab keinen Platz mehr ist das Problem was ist das denn hier? oh doch passt sogar noch ich hab ne ach scheiße mein Akashus doch nicht weg oh nein ich hab was passiert da die ganze Zeit kannst du das Epiferin nehmen vielleicht? ich hab genug Epiferin ich weiß nicht mal wofür das ist ich hab vier Stück davon dann lassen wir es hier so ich hab aber nur noch eine Blutkonserve ne? du musst es noch zwei oder so haben die sind im Rucksack ne? bei mir im Rucksack hatte ich nur noch eine ok ich hatte glaube ich sechs und dir hab ich drei gegeben und mir aber ich musste dir schon zweimal eine geben so ja du musst es noch zwei haben ja wir hätten jeder drei ich hab dir eine wir haben uns jeder eine gegeben an bei diesem weiß nicht mehr wann ganz am Hause es der Stadt geflüchtet sind das war auch nicht so erfolgreich und eben gerade hab ich dir noch einen gegeben mehr hatte ich auch nicht wollten die Typen gestern ja der Ahnung wo ja 6 headshots 6 ich hab 17 und 60 gekürtet Zombies mittlerweile was 60 schon KL 26 neigert wie 9000 Blut so ab 5000 oder 6000 krieg ich meine Blut Transparenz die Kacke ist wir müssen damit echt auskommen jetzt so ich immer kurz gucken wie weit das noch ist Prozent hier hat doppelt so weit noch was recht ein Wochenende der Hälfte immer mal gut zu gucken ob man sich doch befolgt wird das was allein wenn man so sprinten könnte wie die beiden Kollegen hier in die wir sind Spieler könnten wir echt triezen wenn wir eine AK hätten und oder wenn wir deine AK wenn du die rausnimmst und ich meine um Waffe man den Namen vergessen auch wenn man leer ist aber es ist der Winchester genau auch wenn man leer ist aber trotzdem sie kriegen Schuster vor sie wissen ja nicht dass sie leer ist da das Ding ist es wird gerade also ich mir jetzt gelaufen amerikanische für die einfach flüssiger laufen viel flüssiger als die deutsche das sind die totaler Müll warum auch immer das bei den deutschen habe ich selbst ohne Frems irgendwie zehn Frems teilweise nur gehabt wenn ich in die Hauptstädte geht das war ziemlich krank jetzt eben hatte ich mit Frems irgendwie schon so 25 das ist schon gut besser so wir auf dem Hügel sind ist mal wieder Zeit für eine Runde so an der Kühle hierher würde kannst auch einfach Fernlass sagen das war schon mal in der Kühle ist auf Deutsch werden das heißt Arschloch was tut es das das glaube ich ein Zombie Prozent ne das ist ein Busch okay weiter geht's so macht die ganze Zeit der Spieler ja ne der atmet halt der kann gehen was fällt ihnen ein ihr Bäume mein Gott warte mal da bleibt ein Tier wo es mal liegen wo denn ach da ist es da sie legen lass das mal legen okay warte ich habe ein jägermeister du auch wahrscheinlich bis das tier erst legen oder erst einfach messer ich versuche mal einfach nur für die zuschauer alles zu machen sofern ich ein messer habe wenn ich machst du das eben halt so tier ausweiten ja macht du hast wildschwein ausgenommen vier stöcke fleisch sie sind kriegt jeder zwei sie aber halt das erst mal einfach wir können jetzt ein feuer machen ach haben wir schon alles also ich gehe jetzt gucken hier holz sammeln holz sammeln zack jetzt habe ich ein holz gut gehst du einfach daneben und bist du jetzt hier mittendrin brauchst du dich hier irgendwie eine anhöhe suchen oder sowas nö nö gegen das jetzt holzstappel wieder nehmen g er anzündet schon aber heute konnte ich nicht so jetzt geht's das feuer an meistens nicht das war jetzt muss ich erst mal gucken wo meine vier fleisch sind alles pack die liegen hier noch rum echt ja wo denn wenn ich bei mir aufs wildschwein gehe ich dir da roßfleisch aufnehmen roßfleisch nehmen ja mach ich einfach mal aber der brennt noch nicht der holzstappel den muss noch anzünden ähm uuuh fleisch zu bereiten aber schnell ja er macht gerade vier rohsfleisch gekocht das morphium nimmst du gleich wieder ne morphium brauche ich nicht ach so was sie liegt was ist ja noch weiß ich nicht bei mir liegt ja nun